Wir wollen uns nun mit dem Wirkungsgrad von Windenergieanlagen beschäftigen. Also wie viel Prozent der Energie, die im Wind vorherrscht, kann genutzt werden von einer Windenergieanlage und dann umgewandelt werden in elektrische Energie. Dazu müssen wir zuvor noch eine wichtige Kenngröße einführen. Das ist nämlich die sogenannte Schnelllaufzahl Lambda. Schnelllaufzahl Lambda, die das Verhältnis angibt zur Umfangsgeschwindigkeit des Rotors. Also mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich die Rotorspitze. Die wird typischerweise mit U bezeichnet. Also U ist die Umfangsgeschwindigkeit durch die Rotation. dividiert durch die Windgeschwindigkeit V. Also V ist die Geschwindigkeit des Windes, der anströmt. Beides natürlich gemessen in Meter pro Sekunde. Wir können diese Gleichung noch umformen. Das ist natürlich dann Omega R mal R durch V. Also Omega R ist die Winkelgeschwindigkeit des Rotors. Und R ist der Rotorradius, also die Länge unserer Rotorflügel. Diese Schnelllaufzahl Lambda gibt jetzt also wieder mit welcher, wie sieht die Rotation aus der Windturbine. Man unterscheidet zwischen den sogenannten Schnellläufern und Langsamläufern. Da liegt die Schnelllaufzahl zwischen 1 und 3. Das sind klassisch Windmühlen, wie man sie jetzt in Holland kennt. Oder solche amerikanischen Windturbinen, wie man sie aus so alten Western vielleicht kennt. Die jetzt in der modernen Energietechnik natürlich keine Rolle spielen. Auch die Vertikalläufer, also so ein Savonius-Rotor, hat eine Schnelllaufzahl zwischen 0 und 2. Das ist also auch ein Langsamläufer. Dann haben wir noch die Schnellläufer. Das sind die modernen Windenergieanlagen. Da liegt dann die Schnelllaufzahl zwischen 5 und bis zu 12. Das hängt natürlich dann von der Windgeschwindigkeit ab und dann natürlich auch von der Geschwindigkeit, mit der der Rotor sich dreht, also die Frequenz. Dazu gehören dann unsere modernen Windturbinen mit drei Rotoren. Das kann tatsächlich so in dem Übergang zwischen dem Schnell- und Langsamläufer liegen dann auch moderne Vertikal-Achsrotoren, der sogenannte Darius-Rotor, der so gerade an der Grenze liegt. Typischerweise, wenn wir heute in der modernen Energietechnik von Windenergieanlagen sprechen, haben wir eigentlich immer die Schnellläufer mit den drei Rotorblättern. Das geht auch mit zwei Rotorblättern. Aber theoretisch sind das immer dann aus wirtschaftlichen Gründen die Windenergieanlagen mit drei Rotorblättern. Wie lässt sich jetzt der Wirkungsgrad darstellen, der Leistungsbeiwert, den haben wir uns in einem vorherigen Video schon mal angesehen. Also wenn wir jetzt auf die Y-Achse mal den Leistungsbeiwert setzen und auf die X-Achse dann die Schnelllaufzahl Lambda. Also auf dieser Achse haben wir jetzt Lambda, das heißt das Verhältnis von U durch V und auf der Y-Achse schreiben wir dann den Leistungsbeiwert. Der das Verhältnis ist zwischen der Leistung, die die Windenergieanlage umsetzen kann, im Verhältnis zur Leistung, die im Wind steckt. Das haben wir uns ja wie gesagt schon mal angesehen. Dann können wir uns jetzt überlegen, also wenn wir jetzt hier mal die Achse machen, also wenn wir jetzt hier bei 1 starten, 2, 3, 4, 5. Also jetzt hier dann in den Bereich der Schnellläufer kommen, 6, 7, 8, 9, Lambda 10, 11, 12, 13 und 14. Das soll denke ich erstmal reichen. Dann haben wir einmal den theoretischen Leistungsbeiwert, den maximalen, das ist ja der sogenannte Bettsche Leistungsbeiwert. Der liegt ja ungefähr bei 60%, also 59,3%. Also auch das wollen wir mal hier einzeichnen, wir sind hier bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, also hier sind wir bei einem Leistungsbeiwert von 0,1 und hier oben haben wir dann 0,6. Das heißt, also das ist ja die theoretische Grenze. Ich skizziere das hier mal oben. Also physikalisch können wir ja gar nicht mehr Energie aus dem Wind herausziehen. Tatsächlich ist es jetzt so, dass wir bei der Schnelllaufzahl, wir irgendwo hier anfangen und dann geht diese Kurve hier sehr schnell auf diesen Leistungsbeiwert. Das ist ja hier bei 4 ungefähr und sehr nah an diesen Bettschen Leistungsbeiwert annähern. Das ist ja hier der Bettsche Leistungsbeiwert. So, und jetzt können wir die Windturbinen eintragen. Also wie sehen jetzt die Leistungsbeiwertkurve aus in Abhängigkeit der Schnelllaufzahl Lambda, die wir jetzt gerade definiert haben. Da ist es jetzt bei den, ja, fangen wir an mit so einer Windmühle, wie man sie jetzt aus Holland kennt. Die liegt jetzt im Bereich von 0,3, das heißt also weit entfernt von dem theoretisch maximalen Leistungsballwert, den wir nutzen können. Und liegt so zwischen 2 und 4 bei der Schnelllaufzahl. Das heißt, wir sind irgendwo hier, ich skizziere das mal, also abhängig jetzt auch wieder natürlich von der Schnelllaufzahl, Windgeschwindigkeit, landen wir dann ungefähr hier. Ich skizziere das mal, das soll jetzt hier so eine Windmühle sein. Und dann haben wir hier diese 4 Flügel, die man so typischerweise von diesen Windmühlen kennt. Die modernen Windenergieanlagen, da landen wir dann eher im Bereich zwischen, also wenn wir mit Schnelllaufzahl, zwischen 6 und 10. Das heißt also irgendwo hier oben. Wir fangen also ungefähr hier an und haben dann auch einen Leistungsbeiwert, der im Bereich von, ja, zwischen 40 und knapp unter 50 landet. Das heißt also, diesen maximalen Wettchenleistungsbeiwert erreichen wir natürlich praktisch nie, sondern wir bleiben immer noch etwas drunter. Und dann sind wir so zwischen 6 und 10. Das heißt, wir haben ungefähr hier so einen Verlauf. Ja, mal so grob skizziert. Also das ist jetzt hier die moderne Windenergieanlage mit den drei Rotorblättern. Tatsächlich ist es so, wenn man jetzt nur zwei Rotorblätter hat, dann sieht die Leistungsbeiwertkurve ähnlich aus. Sie ist noch verschoben hin zu höheren Schnelllaufzahlen oder größeren Schnelllaufzahlen. Da landen wir dann ungefähr hier. Ich mache die vielleicht mal in einer anderen Farbe. Dann starten wir so ungefähr bei 7. und haben dann hier so eine langgezogene Kurve, die tatsächlich weitergeht bis hier in Richtung 14,16. Also das wäre eine Windenergieanlage, die dann nur zwei Rotoren oder zwei Blattrotoren hat, die man typischerweise nicht sieht. Sie hat etwas andere technische Anforderungen. Und tatsächlich ist es so, dass wir, was die Schnelllaufzahlen angehen, die in diesem Bereich typischerweise agieren. Da hat dann diese Dreiblattrotoranlage einen höheren Wirkungsgrad. Die Leistungsbeiwert entspricht ja dem Wirkungsgrad der Anlage von knapp unter 50%. Das heißt also, die Rotation der Windanlage wird so angepasst, dass wir bei der entsprechenden Windgeschwindigkeit dann eine Umlaufgeschwindigkeit, damit wir auch eine Rotationsfrequenz haben, die dann einem an der Schnelllaufzahl zwischen 6 bis 9 entspricht. Und damit lässt sich dann sehr effizient die anströmende Luft umwandeln oder nutzen, um damit dann elektrische Energie zu erzeugen. Das ist ja unser primäres Ziel. Dieser Strom muss natürlich nun mit einer Frequenz von 50 Hertz eingespeist werden ins Stromnetz, weil das ja unsere Stromnetzfrequenz in Europa ist. Wir haben zwar eine Rotation unserer Windturbine, aber die ist natürlich nicht 50 Hertz. Und durch die Veränderung der Windgeschwindigkeiten haben wir natürlich auch eine Variation in der Rotationsfrequenz unserer Windanlage. Das heißt, was wir da noch brauchen, sind elektrische Einheiten, die den Strom umwandeln, dass wir ihn dann netzdienlich einspeisen können. Da brauchen wir dann also entsprechende Schalt- und Schutzeinrichtungen. Wir haben in der Windturbine noch eine Synchron- oder eine Asynchronmaschine, die also in dem Generator dann für die Induktion des Stroms sorgt. Da will ich jetzt in diesem Video gar nicht darauf eingehen. Das ist nochmal ein ganz eigener Fall, wie jetzt diese Synchron- und Asynchronmaschinen aufgebaut sind und funktionieren. Ganz grundsätzlich zum Aufbau, also wir haben hier die Windenergieanlage mit den drei Rotorblättern. Das heißt, wir haben hier drin den Generator. Das ist jetzt also entweder die Synchron- oder die Asynchronmaschine. Dann haben wir entsprechende Schalt- und Schutzeinrichtungen. Das heißt, wir gehen jetzt hier also in die Schalt- und Schutzeinrichtungen und Schutzeinrichtungen, die wir brauchen, um den Strom jetzt umzuwandeln. Das ist dann typischerweise, dass man einmal wechselt von dem Wechselstrom, der aus dem Generator kommt, zum Gleichstrom und dann wechselt man wieder zurück in den 50 Hertz Wechselstrom durch entsprechende Umrichter. Man hat dann meistens noch einen Transformator, der dann den Strom einspeisen kann ins Stromnetz, der natürlich dann noch entsprechend mit der Spannung angepasst wird, in die Mittelspannung typischerweise. Vielleicht sogar schon ins Hochspannungsnetz, wenn man einen sehr großen Windpark hat. Aber typischerweise sind wir dann am Mittelspannungsnetz und speisen dann halt im Kilovolt-Bereich in die Stromnetze ein. Was heißt das nun für den Gesamtwirkungsgrad unserer Windenergieanlage? Wir können natürlich jetzt, wie gesagt, nicht die 100% der Energie, die wir im Wind haben nutzen. Das heißt, das ist jetzt die verfügbare Windenergie. Wir machen uns dann mal so ein Senkei-Diagramm, weil das ist die verfügbare Windenergie. Davon verlieren wir erstmal einen großen Anteil. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier unseren Pfeil machen, dann geht hier der größte Anteil tatsächlich weg über den Rotor. Da bleiben dann nur noch knapp 40% übrig. Das hatten wir jetzt ja gerade gesehen hier oben, dass wir also zwischen 40 und 50% der Windleistung nur nutzen können in unserer Windanlage. Wenn wir jetzt mal von so einem 3-rotorblättrigen Turbinenaufbau ausgehen. Das heißt, wir verlieren so zwischen 50 und 60% geht verloren, einfach mechanisch. Wir haben dann noch weitere Verluste durch die mechanischen Komponenten. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier weiterziehen, also dann haben wir hier nochmal einen kleinen Verlust. Das sind dann nochmal so ungefähr 5% weitere mechanische Komponenten. Da werden wir nun mal Mechanik in der Windenergieanlage haben. Komponenten. Und dann verlieren wir nochmal weitere 5-10% bei den elektrischen Komponenten. Elektrische Komponenten. Sodass tatsächlich dann am Ende, ich sage mal so zwischen 25 und 40% unter ganz günstigen Verhältnissen der Energie, die im Wind steckt, genutzt werden kann, um darum es dann die elektrische Energie zu erzeugen. Elektrische Energie, die wir dann ins Netz einspeisen können. Das ist so der typische Wirkungsgrad einer Windenergieanlage. Das entspricht auch dem, was wir, oder macht die Windenergieanlagen dennoch sehr wirtschaftlich interessant. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, oh, der Wirkungsgrad von 25 bis 40% ist zu klein. Ein Kohlekraftwerk liegt ja im Bereich von 35 bis 45%. Kernkraftwerk in ähnlicher Größenkategorie. Die Voltaik liegt eher im Bereich zwischen 15 und 20%. Also der Wirkungsgrad alleine hilft uns jetzt noch nicht, um entscheiden zu können, wie groß der tatsächliche Nutzen einer entsprechenden Anlage ist. Was man vielleicht auch noch berücksichtigen oder beachten sollte, sind jetzt noch die Volllaststunden, noch Vollbenutzungsstunden von modernen Windenergieanlagen. Da liegen wir in Mitteleuropa bei Onshore-Windenergieanlagen im Bereich von ungefähr 2000 Volllaststunden oder 2000 Vollbenutzungsstunden. Wir haben also einen Nutzungsgrad von ungefähr 20%. Offshore-Windenergieanlagen, das heißt Anlagen, die mehr stehen, die sehr stabile Anströmungswindverhältnisse haben, weisen deutlich höhere Volllaststunden auf. Da sind wir im Bereich von 3.500 bis vielleicht 4.000, vielleicht sogar darüber, 4.500 Volllaststunden. Da sind wir dann aber eher im Bereich der Region Schottland, nördliche Nordsee, wo also wirklich auch kontinuierlich hohe Windgeschwindigkeiten ohne Turbulenzen vorherrschen, haben also dann einen Nutzungsgrad in dem Fall von 40 bis 50%. Das heißt also in dem Fall, wenn wir jetzt also, können Sie mal mal aufschreiben, also die Vollbenutzungsstunden, Volllaststunden, Energiekennzahl von einer Windenergieanlage Onshore, da sind wir so ungefähr jetzt in Mitteleuropa bei 2000 Vollbenutzungsstunden, währenddessen so eine Windenergieanlage Offshore, also im Meer, da sind wir so im Bereich 3.500 bis 4.000 Vollbenutzungsstunden. Das macht die Sache natürlich sehr attraktiv. Das ist eigentlich die entscheidendere Kennzahl. Photovoltaik ist ja im Bereich von 1.000 Vollbenutzungsstunden. Kernkraftwerk, typischerweise Mitteleuropa, erreicht 5.000 bis 6.000 Volllaststunden. Die sind ja entsprechend ausgelegt, aber die Windenergie ist durch diese hohen oder diese großen Volllaststunden schon sehr attraktiv als elektrische Energiequelle und natürlich auch als Wirtschaftsfaktor, weil diese Vollbenutzungsstunden halt vollkommen ausreichend sind, um eine Windenergieanlage oder so einen Windpark tatsächlich wirtschaftlich auch betreiben zu können.